Was ist Cybermobbing? Cybermobbing ist ein weites Spektrum von Tätigkeiten im Internet, wo es darum geht, andere Personen zu verletzen oder zu denunzieren. Das kann von einfachen Fällen gehen, also beispielsweise, dass ich andere über ein Netzwerk beleidige, bis hin zu rechtlich relevanten Fällen, wo ich beispielsweise die Identität einer anderen Person annehme und dann in deren Namen Dinge tue, die diese Person nicht möchte. Das ist wirklich sehr, sehr weit gefächert.